So Leute, da sind wir beim nächsten Video und zwar ein Blackie erklärt. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Habe ich wirklich lange nicht mehr gemacht. Und wir gucken uns heute an Planechase. Ich habe vor Ewigkeiten, ich glaube letztes Jahr, mal eine Videoreihe gemacht über Planechase Arch Enemy Vanguard. Und diese Videoreihe war ganz cool. Hat Wizards anscheinend auch gesagt. Und hat gesagt, hey, 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 Planechase, hey. Und deshalb haben wir neue Planechase. Wir haben 5 Commander Decks in Marge of the Machine mit 5 verschiedenen Planechase Sachen. Und zuallererst, wie unendlich cool sind bitte diese Würfel. Die sind wirklich cool. Vorher waren es so, die waren meistens einfach grau oder mit Sparkle oder sowas. Dieses Mal haben sie ganz, ganz viele Farben. Und wer wissen will, wie Planechase funktioniert, wie die alten Planechase waren, da oben, na da, laufen immer wieder die anderen Playlists durch. Beziehungsweise die anderen Videos dürften dort auch verfügbar sein. Oder ihr schaut einfach am Ende der Endcard, wird wahrscheinlich auch das andere Video verlinkt sein. Und wir schauen uns heute einfach mal die neuen Planechase und den neuen Planechase Modi an. Gucken wir uns erstmal ganz kurz die Karten an. Ich habe sie hier nacheinander reingesetzt. Dementsprechend schauen wir da einmal drüber. Wir haben einmal das Nyx. Das Plane von Teros, Non-Token Creatures, Enchantments in Tendition. Und immer wenn Enchantment und Deutel von ins Spielwerk kommt, kriegst du ein Leben. Sehr, sehr cool. Und wenn man den Dice hittet, den Chaos Dice, dann steht auch dabei, wenn einfach Chaos endures, choose a color. Und man kriegt Maler in Höhe der Devotion zu der Farbe. Ja, das kann ziemlich mächtig werden. Dann haben wir The Pit in The Abyss. Und wenn man da in Planes walkt, kreiert jeder Spieler, den man aussucht, einen 3-3-weißen Engel-Token oder einen 6-6-Dämonen-Token mit Fliegen. Der hat gesagt, zu Beginn des Versorgungs-Dämonens opfern eine andere Kreatur. Wenn du das nicht machst, kriegst du 6 Schaden. Gomaner sind 6 Schaden, eher nicht so relevant. Dementsprechend, ja. Und beim Chaos opfert halt jeder einen Nicht-Atefakt-Kreatur und wird damit die Token los. Dann Asper auf Alera. Artefakt-Spells kosten einmal oder weniger. Damit haben wir mehr Artefakt-Sachen. Und immer wenn Chaos hittet, wird eine weiße, blaue oder schwarze Artefakt-Karte zu einer Artefakt-Kreatur. Mit Wachsamkeit, Menace, Lifelink. Das ist ganz cool. Jo. Ah ne, then each Artefakt-Creature you control. So ist es, so ist es richtig. So ist es richtig, wow. Dann haben wir Naka-To-Room von Amon-Cat. Hier hinten auch ganz cool mit der Hazeret. Ganz ganz witzig. Jede Kreatur im Friedhof hat Embalm. Also man kann sie wieder rausholen und einen Token machen. Und immer wenn man Chaos hittet, kann man eine Karte abwerfen. Wenn das macht, zieht man eine Karte. Kreatier da auf Ikoria. Immer wenn du in Plains walkst oder zumindest Versorgungsmensch kriegt eine Kreatur. Wählt man Wachsamkeit, Menace oder Trampel aus. Und eine Kreatur hat das bis zumindest zu ist. Immer wenn man Chaos hittet, exilt man die Obstekarte des Decks. Wenn es ein Nicht-Land-Permanentes ist, bringt man es ins Spielfeld. Ansonsten kann man es in die Hand nehmen. Und das ist, also man exilt so lange, bis man ein Nicht-Land-Permanentes hittet. So, dann kann man es in die Hand nehmen oder halt ins Spielfeld bringen. Das ist geil. Das ist wirklich, wirklich geil. Big, big. Dann Lidjara auf Kaltheim. Lustigerweise gab es damals schon Kaltheim. Immer wenn du nach Lidjara Plains walkst oder ins Versorgungsmensch kriegt man 2,2 blauen Shapeshifter mit Changeling. Und wenn man den Chaos Die hittet, dann sucht man einen Kreaturen-Typ aus und legt eine Plus-1-Merke auf jede Kreatur, die man kontrolliert mit diesem Kreaturen-Typ. Ich finde es generell sehr, sehr cool, dass hier aktuell bei einigen das Plain-Hin-Plainswalken und Back-Plainswalken des Versorgungsmensch nicht so krass ist, wie das, wenn man den Chaos Die hittet. Weil das ist relativ wichtig. Weil so hat man wesentlich öfter tatsächlich das Bedürfnis, auch mal zu würfeln. Und nicht nur, um davon wegzukommen. Dann haben wir Palaino auf Fiora. Sagt mir noch gar nichts. Immer wenn ein oder mehr Kreaturen, die ihr kontrolliert, dem Spiel Schaden zu fügen. Wenn da kein Monarch ist, wird man Monarch. Ich vermute, ich weiß, wo das ist. Und wenn man das Chaos hätte, kriegt man 1-1-Assassin mit Death-Touch-Eile. Sehr cool. Dann von Crit in Hay. Immer wenn ein Plainswalkt, oder zumindest Versorgungsmensch, mildt man drei Karten. Wenn man davon weg Plainswalkt, bringt jeder Spieler alle Landkarten aus den Friedhofen getappt ins Spiel. Das ist stark. Und bei Chaos bringt man eine Non-Land-Card vom Friedhof auf die Hand zurück. Gott sei Dank in die Hand nicht ins Spiel. Das wäre ein bisschen schwermächtig. Dann haben wir The Kaldai auf Kapaner. Kreaturenzauber haben Blitz 3. Er hat die noch die Blitzfähigkeit. Hier ist sie wieder. Und man kann mit einem Würfel, wenn man Chaos würfelt, eine Kreaturen-Chaos-Friedhof-Zug auf die Hand nehmen. Was sehr mächtig ist. Dann Unjaro auf Zahl 4. Zumindest Versorgungsmensch, oder wenn man Plainswalkt, enttappt man alle Kreaturen. Und die Fade ist out. Until a player Plainswalkt. Oh, what? The beginning of your endstep. If your Plainswalkt, tourtour this turn. Untapp all Kreaturen. Uff. Treat them. Wow. Das ist ja eine Trap, wenn man in den Plainswalkt. Uff. Und in Chaos und Shoot kriegt man 2-2 Nights mit Wachsamkeit. Dann haben wir Mega-Flora-Dschungel-Kreaturen. Mit Banner-Value 2 oder weniger. Krieg plus 2 plus 2. Und wir haben gekriegt ein 1-1 grünes Insekt mit Fliegen named Butterfly. Also ein Schmetterling. Hierüber habe ich mich ein bisschen lustig gemacht. Beziehungsweise musste es erstmal ein paar Mal mehr lesen. In dem Opening, was ich gemacht habe. Von dem Commander-Deck. Und das könnt ihr auch mal angucken. Das war ganz, ganz cool. Hat mich auf die Idee gebracht, dieses Video hier zu machen. Und wie gesagt, es ist halt einfach cool, dass wir Plane-Chase wieder haben. Gehen wir weiter. Ich bin schon ein bisschen langsam unterwegs tatsächlich. Riptide Island. Immer wenn man dahin Plainswalkt. Oder zumindest Versorgungswaltend kriegt man Slivers. Slivers sind großartig. Auf Dominaria. Und Slivers kriegen plus Isle und plus 6-6. Interessant, dass es demnächst auch ein Sliver-Deck geben wird. Dann haben wir auf Tag hier The Crane-Arry mit Ballstar 3. Zu Beginn des Versorgungswaltend. Oder wenn man dahin Plainswalkt. Und wenn das Chaos entschürt, kriegen Kreaturen und eine Kreatur, die geht dann kontrolliert. Und die fighten. Stark. Equals to its Toughness. Spannend. Die fighten nicht. Die hauen sich die Toughness um die Ohren. Dann The Golden City of Aurax. Diese X-Alan halt. Mit Ascenent. Wo man halt Sadie's Blessing bekommt. Und wenn 10 oder mehr Kreaturen Schaden zufügt haben, zieht man eine oder mehr. Kriegt man einen Treasure-Doken. Das ist ganz cool. Und zieht dann eine Karte, wenn man Sadie's Blessing hat. Und wenn Chaos entschürt, legt man permanent das Karte vom Hand im Spiel. Dann Tovashi. Modified-Kreaturen, die du kontrollierst, haben Trampel. Immer wenn die Kreaturen mehr Schaden zufügt. Oder ein Planeswalker, zieht sie eine Karte. Und immer wenn man Chaos macht, legt man 3 plus 1 plus 1 mal auf 1, 2 oder 3 Kreaturen, die man aufteilt. Hier komme ich gleich zu. Das ist nämlich eine interessante Änderung mit dem U-Control. Das macht es tatsächlich sehr spannend. Und dann Velaus Reach of Killian. Das ist Battleborn. Fand ich auch sehr, sehr interessant. Weil whenever your team attacks, wer auch immer Commander, Multiplayer, Two-Headed Giant, Planechase spielen möchte, hat hier auf jeden Fall etwas, was er mitnehmen kann. Und ich kriege einen Doppelschlag, was ich einfach cool finde. Und bei Chaos werden zwei Kreaturen ertappt. Und der Mainface kriegt eine zusätzliche Mainface. Und natürlich Combatface. Strixhaven. Instant Sausage Spells haben Demonstrate. Und Instant Sausage in Friedhof legt man zurück auf die Hand, wenn man Chaos hittet. The Fuddle Lands of Sylvinia. Immer wenn ein Spieler ein Leifel Land tappt, kriegt er aber noch ein weiteres Mana. Und immer wenn man Chaos ensuert, wird man die obersten Karten des Planner-Decks. Und man kann Planner revealen und das Chaos von diesem Effekt auslösen. Und dann werden alle Karten, die dann unter das Deck gelegt. Enigma Ridges of Asura. Wenn man in Plains walkt, muss jeder Spieler, der weniger Länder hat, sein Deck nach Ländern durchsuchen. Nach der Anzahl an Basisländern weniger oder gleich zu der Anzahl an der Differenz. Wenn Chaos entschiert, können wir eine Landkarte aus der Hand ins Spiel verbringen. Sehr cool. Norns Seed Core. New Phryx, ja. Wenn man auf Norns Seed Core travelt, dann ensuert Chaos. Immer wenn Chaos ensuert, reviert man die obersten Karten von dem Planner-Deck, bis man eine Plain-Karte reviert. Du Plains walkst zu dem Ding hin, außer, dass es... Except you don't planes walk away from any plane. What the rest of the Trivial-Karten-Bottom. Okay. Das heißt, man ist auf Norns und auf dem anderen gleichzeitig. Spannend. Dann The Wilds of Eldraine. Da kommen wir auch wieder hin. Und wenn man da hin, Plains walkt oder zumindest, dann kriegt man einen Food-Token. Und beim Chaos kriegt man, kann man eine Kreatur abfahren. Wenn man das tut, kriegt man einen Food-Token. Oder man kriegt zwei Food-Token, wenn man die Stärke vieler mehr hatte. Verteilungstärke. Ghirapur von Kaladesh. Kriegt man 5-3 Vehicles mit Crew 2 Trampel-Eile. Und wenn es Chaos ensuert, kann man nicht alle Fakt Kreatur... Nicht Kreaturen-Atefakt. So, das ist richtig. Aus dem Friedhof zufüttieren. Die Hand nehmen. The Western Cloud of Gob Khan. Alle Ikea-Schaden der Kreaturen und Plains walker hinzugefügt wird. Die hier kontrolliert werden. Verhindert. Auch hier Spannend. Due Control heißt der aktive Spieler. Immer wenn man Chaos ensuert, kriegt man drei Treasure-Token. Und fügt einen Schaden an jeder Kreatur neben Plains walker zu. Und Ten Wizards Mountains aus Shangmeng. Immer wenn man den Plainer-Würfel-Dai würfelt, kriegt man eine Presence 1 Mark auf einer Kreatur. Und bei Chaos kriegt eine Kreatur Fliegen bis man es sucht. Sehr cooler Play, by the way. Weil er einfach fürs Würfeln belohnt. Und New Arc Vi. Immer wenn er eine Historic-Spiel spielt, kriegt man plus zwei, plus zwei, bis man es zu ist. Nee, Historic Creature. Also Artefakt, Legendary oder Saga-Creature. Und bei Chaos guckt man die obersten Karten seines Decks so lange an, bis man eine Story-Karte revealed und nimmt sie dann in die Hand. Spannend, spannend, spannend. Das sind die Plainchase-Karten, die er die 25 neuen, die bekommt. Und dazu gibt es verschiedene Spielmodus, die jetzt so ein bisschen vorgeschlagen wurden. Und die gucken wir uns jetzt nochmal an. Und zwar wurde ein bisschen was dran rumgeschraubt. Es gibt ursprünglich mal, als die ersten Plainchase-Karten rauskamen, gab es die Möglichkeit, dass eben jeder zehn Plainchase, die er in seinem Deck hat, einfach zusammenwirft. Man hatte einfach diese 50 Plainchase-Karten, waren es, glaube ich, und man hat damit einfach Plainchase gespielt. Dann kamen zwei Jahre später die nächste Plainchase-Karten raus. Und da war dann schon so, dass jeder gesagt hat, so ja, es sind ein bisschen viele. Aber dann kam man auf die Idee, okay, wir machen das jetzt so. Immer wenn jemand Plainchase spielen möchte, bringt jeder einfach zehn Plainchase-Karten mit. Und wir packen die zusammen in einen großen Stapel. Da ist dann schon das Problem aufgetreten. Das tritt hierbei auch wieder auf. Was passiert denn, wenn Leute das Gleiche reinbringen? Was passiert denn, wenn drei Leute in einen Western-Cloud reinbringen? Ja, dann haben die drei halt ein bisschen mehr Spaß, weil sie damit vielleicht agieren können. Und der Tokenspieler, der das nicht wollte, der hat halt ein Problem. Das heißt, die Macht, die diese Plainchase dann haben, sind viel, viel, viel zu groß und übernehmen jedes Commander-Spiel. Deswegen, wie ich immer gesagt habe, Commander ist ein Spielmodus, genau wie Plainchase, genau wie Arch Enemy oder Vanguard. Und man sollte das nicht vermischen, meiner Meinung nach, auch wenn Wizards of the Coast ist hier stark vermischt. Wenn wir jetzt also hingehen und sagen, okay, dieser Spielmodus, dass jeder einfach selber zehn mitbringt und dann mischt man die zusammen, ist nicht so geil. Vor allem nicht, wenn man dann halt nicht mehr weiß, welches von wem ist. Oder zweimal dasselbe drin ist, das eine hat hinten, dann wird dann beim Mischen irgendwie geknickt, so, nein, das war deins, nein, das war deins. Auch schwierig. Alle zusammen zu machen. Wir haben mittlerweile, ich glaube, knapp über 100 Plainchase-Karten. Und, also mit den ganzen Promos und allem drum und dran. Und auch das ist so random und ist mittlerweile so weird, dass ich sagen muss, 100 Plainchase-Karten klingt auch nicht nach einer geilen Idee. Was Wizards of the Coast jetzt vorgeschlagen hat, das finde ich auch sehr, sehr großartig, ist, dass jeder Spieler, der Plainchase spielt, eben seine eigenen zehn Plains mitbringt. Das bedeutet, dass jeder Spieler seinen kleinen Stapel neben sich liegen hat, ähnlich wie Arch Enemy, und hier werden wieder Modis zusammengeschoben, ähnlich wie Arch Enemy, dann Plains-Chase-Decks mitbringt und dann nur auf meinen Plains unterwegs bin. Das heißt, ich habe dieses Plain und wenn ich dann Würfel und den Bonus draus habe, dann gehe ich irgendwann davon weg. Was passiert dann mit Sachen, die dann, wenn du hinwürfelst oder wegwürfelst, alles zerstört? Das finde ich halt Quatsch. Und sowas hier ist dann ganz cool, weil man dann ewig da drauf bleibt und ich will ja diesen Effekt haben und wenn ich davon wegwürfel, dann kann es sein, dass das negativ für mich ist und ich zum nächsten coolen Plain komme. Ja, aber jeder andere hat das ja auch. Und zehn Plainschases sind verdammt schnell durchgecycelt, wenn man es wirklich möchte. Vor allem, wenn es zehn wirklich krasse Dinge sind. Oder, viel spannender, es gibt ja auch sowas hier, Spartling, Merging, wo man dann mit zwei Plainschase-Karten rumspielt. Was hindert mich denn daran, in jedem meiner Plainschase-Decks Tidi zu spielen? Und der, der die hittet, hat einfach zu großen Vorteil, weil er ist dann auf zwei Plains gleichzeitig, wo alle anderen nur auf einer sind. Und davon abgesehen, dass auch das, wenn jeder zehn Stück mitbringt und man zusammen den einen großen Pool buchen, vielleicht viermal da drin ist und man auf einmal keine Ahnung, wie viele Plains hat. Das ist wirklich problematisch. Ich liebe Plainschase, aber ich denke, Plainschase sollte eine Limitierung bekommen auf das Plainschase-Deck. Und zwar so, dass man halt selber sagt, wie man ja zum Beispiel auch selber in seiner Gruppe sammeln kann, wir finden Solring doof. Wir spielen nur ohne Solring. Deswegen sollte man hier auch mit seiner Gruppe sich zusammensetzen und sollte einen Deck zusammenstellen aus den Plainschase-Karten, was nicht unbedingt jeden bevorzugt, aber auf jeden Fall keinen benachteiligt. Und zwar hart benachteiligt, dass er nicht mitspielen kann. Und wenn das der Fall ist und wenn man das machen kann, hat man ein sehr, sehr cooles Format. Und da kann man auch mit 70, 66, 12 Plainschase-Karten spielen. Das ist total Bums. Aber alle 100 finde ich krass. Das ist viel zu random. Jeder, der 10 mitbringt, in die Mitte legt. Schwierig. Jeder hat seine eigenen 10, finde ich richtig mies. Und hier würde ich mich einfach wieder darauf verlassen, dass er mit seinen Freunden und seiner Spielgruppe reden kann und sagen kann, Hey, ich finde den cool. Ich finde das cool. Kannst du dich damit engagieren, wenn wir das reinnehmen? Ja, kann ich. Okay, dann nehmen wir das rein. Und so würde ich aktuell Plainschase mit einbauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wie gesagt, wenn ihr andere Sachen noch von Plainschase oder anderen Game-Modes sehen wollt, könnt ihr da oben ganz gerne schauen nach der Playlist. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blacksit. Ciao, ciao. Ciao.